Ich muss was essen. Ich muss was essen. Das ist mir so warm. Ich glaube, ich habe gerade mehr Wasser in der Kimmel als der Reine. Nein. Jetzt gehen wir mal einkaufen, Jan-Hendrik. Geht denn? Ja, und eine Limo. Ja, irgendwo, warte. Ich kann die Sprite mitnehmen. Ich bin mal einfach nicht zu warm, ey. Hi! Ist warm! Puh! Ich bin mal einfach nicht zu warm, ey. Hi! Ist warm! Du kannst ja nicht mit Verpackung essen. Du kannst ja nicht, kannst ja nicht mit Verpackung essen. Ja. Lecker Pizza! Hend, warte, nimm dich mit! Was bist du denn? Hast dir Angst schön von vielen Menschen, Heinrich? Hhahaha! Das ist aber 170 Stellen, die fliegen. Hhahha! Was ist der Brötter? Was wollen wir denn noch fahren? Ich komm schon mehr an meine Stirn, weil ich keine Kraft mehr habe. Keine Kraft mehr. Ich mach bodybuilding in den Blüten, komm nicht an meine Stirn. Warte mal, von dem Hotelherr, ne? Von dem Hotelherr, ne? Guck mal, ich will dich wiederholen. Du sagst nur das, ne? Ja. Ja, komm auf den. Was war das? Geh mal da vorne, wo die Tomaten sind, stell ich mal daneben und mach mal so Bodybuilder. Wir machen wirklich den hier, so. Beide Brüder. Kartoffeln. 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 Jam, jam, jam. Kartoffeln. Kartoffeln. Ja, ja. Und dann war ich dann auf Vorkum, war genau das schön. Oh, schön. Ja, ja. Drei Wochen. Oh, ich bleibe nur ne Waffe. Dann würde ich dir schlafen, schön vor. Ja, dir auch. Ja. Ja, ja. Kommst du mit raus? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ski. Ja, tja. Tja, tja. Hix. Tja. Tja. Tja, tja. Hihihihihihi. Hau los von der Rhein-Makau. Ich bin so grab ziel wie ne Kartelle, oder wie heißt das Tier mit dem Lüste nochmal? Ich kann Breakdampen? Ich schwör's nicht, ich kann Breakdampen. Mach ma.